Kapitel 7 von Klein Zaches, genannt Zinnober, von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebentes Kapitel. Wie der Professor Mo Sterpin im fürstlichen Weinkeller die Natur erforschte. Myketes Beelzebub. Verzweiflung des Studenten Balthasar. Vorteilhafter Einfluß eines wohleingerichteten Landhauses auf das häusliche Glück. Wie Prosper Alpanus, dem Balthasar, eine schildkrötene Dose überreichte und davonritt. Balthasar, der sich in dem Dorfe Hoch Jakobsheim versteckt hielt, bekam von dem Referendarius Pulcher aus Kerepes einen Brief des Inhalts. Unsere Angelegenheiten, bester Freund Balthasar, gehen immer schlechter und schlechter. Unser Feind, der abscheuliche Zinnober, ist Minister der auswärtigen Angelegenheiten geworden und hat den großen Orden des grüngefleckten Tigers mit zwanzig Knöpfen erhalten. Er hat sich aufgeschwungen zum Liebling des Fürsten und setzt alles durch, was er will. Professor Mo Sterpin ist ganz außer sich. Er bläht sich auf im dummen Stolz. Durch seines künftigen Schwiegersohns Vermittlung hat er die Stelle des Generaldirektors sämtlicher natürlicher Angelegenheiten im Staate erhalten, eine Stelle, die ihm viel Geld und eine Menge anderer Emolumente einbringt. Als benannter Generaldirektor zensiert und revidiert er die Sonnen- und Mondfinsternisse sowie die Wetterprophezeiungen in den im Staate erlaubten Kalendern und erforscht insbesondere die Natur in der Residenz und deren Bereich. Dieser Beschäftigung halber bekommt er aus den fürstlichen Waldungen das seltenste Geflügel, die raresten Tiere, die er, um eben ihre Natur zu erforschen, braten lässt und auffrisst. Ebenso schreibt er jetzt, wenigstens gibt er es vor, eine Abhandlung darüber, warum der Wein anders schmeckt als Wasser und auch andere Wirkungen äußert, die er seinem Schwiegersohn zueignen will. Zinnober hat es bewirkt, dass Mo Sterpin der Abhandlung wegen alle Tage im fürstlichen Weinkeller studieren darf. Er hat schon einen halben Oxhofft alten Rheinwein sowie mehrere Dutzend Flaschen Champagner verstudiert und ist jetzt an ein Fass Alicante geraten. Der Kellermeister ringt die Hände. So ist dem Professor, der, wie du weißt, das größte Leckermall auf Erden, geholfen, und er würde das bequemste Leben von der Welt führen, müßte er oft nicht, wenn ein Hagelschlag die Felder verwüstet hat, plötzlich über Land, um den fürstlichen Pächtern zu erklären, warum es gehagelt hat, damit die dummen Teufel ein bisschen Wissenschaft bekommen, sich künftig vor dergleichen hüten können und nicht immer Erlass der Pacht verlangen dürfen, einer Sache halber, die niemand verschuldet als sie selbst. Der Minister kann die Tracht Schläge, die du ihm erteilt, nicht verwinden. Er hat dir Rache geschworen. Du wirst dich gar nicht mehr in Kerrepes sehen lassen dürfen. Auch mich verfolgt er, weil ich seine geheimnisvolle Art, sich von einer geflügelten Dame frisieren zu lassen, erlauscht habe. Solange Zinnober des Fürsten Liebling bleibt, werde ich wohl auf keinen ordentlichen Posten Anspruch machen können. Mein Unstern will es, daß ich immer mit der Missgeburt zusammengerate, wo ich es gar nicht ahne, und auf eine Weise, die mir fatal werden muss. Neulich ist der Minister in vollem Staat, mit Degen, Stern und Ordensband, im zoologischen Kabinett und hat sich nach seiner gewöhnlichen Weise den Stock untergestemmt, auf den Fußspitzen schwebend, an den Glasschrank hingestellt, wo die seltensten amerikanischen Affen stehen. Fremde, die das Kabinett besehen, treten heran, und einer, den kleinen Wurzelmann erblickend, ruft laut aus, »Ei, was für ein allerliebster Affe! Welch niedliches Tier! Die Zierde des ganzen Kabinetts! Ei, wie heißt das hübsche Äfflein! Woher des Landes?« Da spricht der Aufseher des Kabinetts sehr ernsthaft, indem er Zinobers Schulter berührt, »Ja, ein sehr schönes Exemplar, ein vortrefflicher Brasilianer, der sogenannte Mykites Beelzebub, Simia Beelzebub Linnei, Niger, Barbatus, Podéis Kaudaque Apique Bruneis, Brüllaffe.« »Herr!«, prustet nun der Kleine den Aufseher an, »Herr! Ich glaube, Sie sind wahnsinnig, oder neunmal des Teufels! Ich bin kein Beelzebub, Kaudaque, kein Brüllaffe! Ich bin Zinnober, der Minister Zinnober, Ritter des grüngefleckten Tigers mit zwanzig Knöpfen!« Nicht weit davon stehe ich und breche, »hätt es das Leben gekostet, auf der Stelle, ich konnte es nicht zurückhalten, aus in ein wehrendes Gelächter!« »Sind Sie auch da, Herr Referendarius?« schnarcht er mich an, indem rote Glut aus seinen Hexenaugen funkelt. Gott weiß, wie es kam, daß die Fremden ihn immerfort für den schönsten, seltensten Affen hielten, den sie jemals gesehen, und ihn durchaus mit Lampertsnüssen füttern wollten, die sie aus der Tasche gezogen. Zinnober geriet nun so ganz außer sich, daß er vergebens nach Atem schnappte und die Beinchen ihm den Dienst versagten. Der herbeigerufene Kammerdiener mußte ihn auf den Arm nehmen und hinabtragen in die Kutsche. Selbst kann ich mir aber nicht erklären, warum mir diese Geschichte einen Schimmer von Hoffnung gibt. Es ist der erste Tort, der dem kleinen, verhexten Unding geschehen. So viel ist gewiß, daß Zinnober neulich am frühen Morgen sehr verstört aus dem Garten gekommen ist. Die geflügelte Frau muß ausgeblieben sein, denn vorbei ist es mit den schönen Locken. Das Haar soll ihm struppig auf dem Rücken herabhängen und Fürst Barsanow gesagt haben, vernachlässigen Sie nicht so sehr Ihre Toilette, bester Minister, ich werde Ihnen meinen Friseur schicken. Worauf denn Zinnober, sehr höflich geäußert, er werde den Kerl zum Fenster herausschmeißen lassen, wenn er käme. Große Seele, man kommt Ihnen nicht bei, hat dann der Fürst gesprochen und dabei sehr geweint. Lebe wohl, liebster Balthasar, gib nicht alle Hoffnung auf und verstecke dich gut, damit sie dich nicht greifen. Ganz in Verzweiflung darüber, was ihm der Freund geschrieben, rannte Balthasar tief hinein in den Wald und brach aus in laute Klagen. Hoffen soll ich, rief er, hoffen soll ich noch, da jede Hoffnung verschwunden, da alle Sterne untergegangen und düstere, düstere Nacht mich trostlosen umfängt. Unseliges Verhängnis, ich unterliege der finsteren Macht, die verderblich in mein Leben getreten. Wahnsinn, dass ich auf Rettung hoffte von Prosper Alpanus, von diesem Prosper Alpanus, der mich selbst mit höllischen Künsten verlockte und mich fortrieb von Kerepes, indem er die Prügel, die ich dem Spiegelbilder erteilen mußte, auf Zinobas wahrhaftigen Rücken regnen ließ. Ach, Candida, könnt ich nur das Himmelskind vergessen, aber mächtiger, stärker als jemals glüht der Liebesfunke in mir. Überall sehe ich die holde Gestalt der Geliebten, die mit süßem Lächeln sehnsüchtig die Arme nach mir ausstreckt. Ich weiß es ja, du liebest mich, holde süße Candida, und das ist eben mein hoffnungsloser, tötender Schmerz, daß ich dich nicht zu retten vermag aus der heillosen Verzauberung, die dich befangen. Verräterischer Prosper, was tat ich dir, daß du mich so grausam äfftest? Die tiefe Dämmerung war eingebrochen, alle Farben des Waldes schwanden hin in dumpfes Grau. Da war es, als leuchte ein besonderer Glanz wie aufflammender Abendschein durch Baum und Gebüsch, und tausend Insektlein erhoben sich mit rauschendem Flügelschlage sumsend in die Lüfte. Leuchtende Goldkäfer schwangen sich hin und her, und dazwischen flatterten bunt geputzte Schmetterlinge und streuten duftenden Blumenstaub um sich her. Das Wispern und Sumsen wurde zu sanfter, süßflüsternder Musik, die sich tröstend legte an Balthasars zerrissene Brust. Über ihm funkelte stärker strahlend der Glanz. Er schaute hinauf, und erblickte staunend Prosper Alpanus, der auf einem wunderbaren Insekt, das einer in den herrlichsten Farben prunkenden Libelle nicht unähnlich, daher schwebte. Prosper Alpanus senkte sich herab zu dem Jüngling, an dessen Seite er Platz nahm, während die Libelle auflog in ein Gebüsch und in den Gesang einstimmte, der durch den ganzen Wald tönte. Er berührte des Jünglings Stirne mit den wundervoll glänzenden Blumen, die er in der Hand trug, und sogleich entzündete sich in Balthasars innerm frischer Lebensmut. »Du tust«, sprach nun Prosper Alpanus mit sanfter Stimme, »Du tust mir großes Unrecht, lieber Balthasar, da du mich grausam und verräterisch schildst in dem Augenblick, als es mir gelungen ist, Herr zu werden des Zaubers, der dein Leben verstört, als ich, um nur schneller dich zu finden, dich zu trösten, mich auf mein buntes Lieblingsrösslein schwinge und herbeireite, mit allem versehen, was zu deinem Heil dienen kann. Doch nichts ist bitterer als Liebesschmerz, nichts gleicht der Ungeduld eines in Liebe und Sehnsucht verzweifelnden Gemüts. Ich verzeihe dir, denn mir ist es selbst nicht besser gegangen, als ich vor ungefähr zweitausend Jahren eine indische Prinzessin liebte, Balsamine geheißen, und dem Zauberer Lotos, der mein bester Freund war, in der Verzweiflung den Bart ausriß, weshalb ich, wie du siehst, selbst keinen trage, damit mir nicht ähnliches geschähe. Doch dir dies alles weitläufig zu erzählen, würde wohl hier ein sehr unrechtem Orte sein, da jeder Liebende nur von seiner Liebe hören mag, die er allein der Rede wert hält, sowie jeder Dichter nur seine Verse gern vernimmt. Also zur Sache. Wisse, daß Zinnober die verwahrloste Missgeburt eines armen Bauerweibs ist und eigentlich Klein-Zaches heißt. Nur aus Eitelkeit hat er den stolzen Namen Zinnober angenommen. Das Stiftsfräulein von Rosenschön oder eigentlich die berühmte Fee Rosabel Werde, denn niemand anders ist jene Dame, fand das kleine Ungetüm am Wege. Sie glaubte, alles, was die Natur dem Kleinen stiefmütterlich versagt, dadurch zu ersetzen, wenn sie ihn mit der seltsamen, geheimnisvollen Gabe beschenkte, vermöge der alles, was in seiner Gegenwart irgendein anderer Vortreffliches denkt, spricht oder tut, auf seine Rechnung kommen, ja, daß er in der Gesellschaft wohlgebildeter, verständiger, geistreicher Personen auch für wohlgebildet, verständig und geistreich geachtet werden und überhaupt allemal für den Vollkommensten der Gattung, mit der er im Konflikt gelten muß. Dieser besondere Zauber liegt in drei feuerfarbglänzenden Haaren, die sich über den Scheitel des Kleinen ziehen. Jede Berührung dieser Haare sowie überhaupt des Hauptes mußte dem Kleinen schmerzhaft, ja, verderblich sein. Deshalb ließ die Fee sein von Natur dünnes, struppiges Haar in dicken, anmutigen Locken hinabwahlen, die, des Kleinen Haupt schützend, zugleich jenen roten Streif versteckten und den Zauber stärkten. Jeden neunten Tag frisierte die Fee selbst den Kleinen mit einem goldenen magischen Kamm und diese Frisur vernichtete jedes auf Zerstörung des Zaubers gerichtete Unternehmen. Aber den Kamm selbst hat ein kräftiger Talisman, den ich der guten Fee, als sie mich besuchte, unterzuschieben wußte, vernichtet. Es kommt jetzt nur darauf an, ihm jene drei feuerfarbenen Haare auszureißen, und er sinkt zurück in sein voriges Nichts. Dir, mein lieber Balthasar, ist diese Entzauberung vorbehalten. Du hast Mut, Kraft und Geschicklichkeit, du wirst die Sache ausführen, wie es sich gehört. Nimm dieses kleine geschliffene Glas, nähere dich dem kleinen Zinnober, wo du ihn findest, richte deinen scharfen Blick durch dieses Glas auf sein Haupt, frei und offen werden die drei roten Haare sich über das Haupt des Kleinen ziehen. Packe ihn fest an, achte nicht auf das gellende Katzengeschrei, das er ausstoßen wird, reiße ihm mit einem Ruck die drei Haare aus und verbrenne sie auf der Stelle. Es ist notwendig, daß die Haare mit einem Ruck ausgerissen und sogleich verbrannt werden, denn sonst könnten sie noch allerlei verderbliche Wirkungen äußern. Richte daher dein vorzüglichstes Augenmerk darauf, daß du die Haare geschickt und fest erfassest und den Kleinen überfällst, wenn gerade ein Feuer oder ein Licht in der Nähe befindlich. O Prusper Alpanus, rief Balthasar, wie schlecht habe ich diese Güte, diesen Edelmut durch mein Misstrauen verdient. Wie fühle ich es so in tiefer Brust, daß nun mein Leiden endigt, daß alles Himmelsglück mir die goldenen Tore erschließt. Ich liebe, fuhr Prusper Alpanus fort, ich liebe Jünglinge, die so wie du, mein Balthasar, Sehnsucht und Liebe im reinen Herzen tragen, in deren Innern noch jene herrliche Akkorde wiederhallen, die dem fernen Lande voll göttlicher Wunder angehören, daß meine Heimat ist. Die glücklichen, mit dieser inneren Musik begabten Menschen sind die einzigen, die man Dichter nennen kann, wie wohl viele auch so gescholten werden, die den ersten Brumbass zur Hand nehmen, darauf herumstreichen und das verworrene Gerassel der unter ihrer Faust stöhnenden Seiten für herrliche Musik halten, die aus ihrem eigenen Innern heraustönt. Dir ist, ich weiß es, mein geliebter Balthasar, dir ist es zuweilen so, als verstündest du die murmelnden Quellen, die rauschenden Bäume, ja, als spräche das auflammende Abendrot zu dir mit verständlichen Worten. Ja, mein Balthasar, in diesen Momenten verstehst du wirklich die wunderbaren Stimmen der Natur, denn aus deinem eigenen Innern erhebt sich der göttliche Ton, den die wundervolle Harmonie des tiefsten Wesens der Natur entzündet. Da du Klavier spielst, o Dichter, so wirst du wissen, daß dem angeschlagenen Ton die verwandten Töne nachklingen. Dieses Naturgesetz dient zu mehr als zum schalen Gleichnis. Ja, o Dichter, du bist ein viel besserer, als es manche glauben, denen du deine Versuche, die innere Musik mit Feder und Tinte zu Papier zu bringen, vorgelesen. Mit diesen Versuchen ist es nicht weit her. Doch hast du im historischen Stil einen guten Wurf getan, als du mit pragmatischer Breite und Genauigkeit die Geschichte von der Liebe der Nachtigall zur Purpurrose aufschriebst, welche sich unter meinen Augen begeben. Das ist eine ganzartige Arbeit. Prosper Alpanus hielt inne, Balthasar blickte ihn ganz verwundert an mit großen Augen, er wußte gar nicht, was er dazu sagen sollte, daß Prosper das Gedicht, welches er für das Fantastischste hielt, das er jemals aufgeschrieben, für einen historischen Versuch erklärte. Du magst, fuhr Prosper Alpanus fort, indem ein anmutiges Lächeln sein Gesicht überstrahlte, du magst dich wohl über meine Reden verwundern, dir mag überhaupt manches Seltsam an mir vorkommen. Bedenke aber, daß ich nach dem Urteil aller vernünftigen Leute eine Person bin, die nur im Märchen auftreten darf, und du weißt, geliebter Balthasar, daß solche Personen sich wunderlich gebärden und tolles Zeug schwatzen können, wie sie nur mögen, vorzüglich, wenn hinter allem doch etwas steckt, was gerade nicht zu verwerfen. Nun aber weiter, nahm sich die Fee Rosabel Werde des missgestalteten Zinnober so eifrig an, so bist du, mein Balthasar, nun ganz und gar mein lieber Schützling. Höre also, was ich für dich zu tun gesonnen. Der Zauberer Lotos besuchte mich gestern, er brachte mir tausend Grüße, aber auch tausend Klagen von der Prinzessin Balsamine, die aus dem Schlafe erwacht ist und in den süßen Tönen des Kartabade jenes herrlichen Gedichts, das unsere erste Liebe war, sehnende Arme nach mir ausstreckt. Auch mein alter Freund, der Minister Yushi, winkt mir freundlich zu vom Polarstern. Ich muß fort nach dem fernsten Indien. Mein Landgut, das ich verlasse, wünsche ich in keines anderen Besitz zu sehen, als in dem Deinigen. Morgen gehe ich nach Kerepes und lasse eine förmliche Schenkungsurkunde ausfertigen, in in der ich als Dein Oheim auftrete. Ist nun Zinobers Zauber gelöst, trittst Du vor den Professor Mosch-Terpin hin als Besitzer eines vortrefflichen Landguts, eines beträchtlichen Vermögens, und wirbst Du um die Hand der schönen Candida, so wird er in voller Freude Dir alles gewähren. Aber noch mehr, ziehst Du mit Deiner Candida ein in mein Landhaus, so ist das schönen Bäumen wächst alles, was das Haus bedarf. Außer den herrlichsten Früchten, der schönste Kohl und tüchtiges schmackhaftes Gemüse überhaupt, wie man es weit und breit nicht findet. Deine Frau wird immer den ersten Salat, die ersten Spargel haben. Die Küche ist so eingerichtet, daß die Töpfe niemals überlaufen und keine Schüssel verdirbt, solltest Du auch einmal eine ganze Stunde Teppiche, Stuhl und Sofabezüge sind von der Beschaffenheit, daß es bei der größten Ungeschicklichkeit der Dienstboten unmöglich bleibt, einen Fleck hineinzubringen. Ebenso zerbricht kein Porzellan, kein Glas, sollte sich auch die Dienerschaft deshalb die größte Mühe geben und es auf den härtesten Boden werfen. Jedes Mal endlich, wenn Deine Frau waschen läßt, ist auf dem großen Wiesenplan hinter dem Hause das allerschönste, heiterste Wetter, sollte es auch ringsumher regnen, donnern und blitzen. Kurz, mein Balthasar, es ist dafür gesorgt, daß du das häusliche Glück an deiner holden Candida-Seite ruhig und ungestört genießest. Doch nun ist es wohl an der Zeit, daß ich heimkehre und in Gemeinschaft mit meinem Freunde Lotos die Anstalten zu meiner baldigen Abreise beginne. Lebe wohl, mein Balthasar. Damit pfiff Prosper ein-zwei-mal der Libelle, die alsbald sumsend herbeiflog. Er zäumte sie auf und schwank sich in den Sattel. Aber schon ihm Davonschweben hielt er plötzlich an und kehrte um zu Balthasar. Beinahel, sprach er, hätte ich deinen Freund Fabian vergessen. In einem Anfall schalkischer Laune habe ich ihn für seinen Vorwitz zu hart gestraft. In dieser Dose ist das enthalten, was ihn tröstet. Prosper reichte dem Balthasar ein kleines, blankpoliertes, schildkrötenes Döschen hin, das er ebenso einsteckte, wie die kleine Lornette, die er erst zur Entzauberung Zinnobers von Prosper erhalten. Prosper Alpernus rauschte nun fort durch das Gebüsch, in dem die Stimmen des Waldes stärker und anmutiger ertönten. Balthasar kehrte zurück nach Hoch Jakobsheim, alle Wonne, alles Entzücken der süßesten Hoffnung im Herzen. Ende von Kapitel 7